Guten Morgen, liebe FIFA 13, beziehungsweise alle Freunde von Dihahn. Ich muss einmal ganz kurz ein kleines Informationsvideo raushauen. Oh Gott, es ist gerade Viertel nach 8, ich muss gleich los hier zur Arbeit nach Hamburg und den ganzen Mist. Ja, warum mache ich jetzt das Video? Ich weiß nicht, wie viele Videos ich diese Woche bringen kann, geschweige denn, ab ich am Wochenende livestreamen kann. Das hat folgenden Grund. Ich arbeite, wie gesagt, jeden Tag wieder ganz normal von 9 bis knapp 19 Uhr. Und bin dementsprechend erst um 20 Uhr zu Hause. Dann muss ich noch was mit meiner Freundin machen, mich um andere private Dinge kümmern. Und ganz wichtig, Ende der Woche, wo eigentlich die Gamescom ist, ist das Schlimmste, was eigentlich für mich passieren konnte. Überschlägt sich das mit meiner Ausbildung, denn an diesem Wochenende finden in Hamburg die Cycle Classic statt. Und das ist so ein Riesenrad-Event und ich mache halt meine Ausbildung in einem Radsportladen und, 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 und. Die sind da vertreten und ich muss da dementsprechend sein. Deswegen weiß ich nicht, ob ich abends, wenn ich da von morgens um 7 bis abends um 18 Uhr hänge, wie das denn aussieht mit Livestreams, ob ich das hinbekomme oder sonst so etwas. Genauso wie die ganzen Videos, die jetzt vielleicht diese Woche auf der Strecke bleiben. Verzeiht es mir, nehmt es mir bitte nicht übel. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß an jeder einzelnen Person, die auf die Gamescom geht. Wird ein super geiles Event. Freut euch, dass ihr die ganzen anderen FIFA-YouTuber sehen könnt. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dabei sein kann. Wobei da die Frage ist, ob da wieder die Cycle Classic stattfinden. Ich hoffe einfach mal nicht. Unter anderem habe ich gerade mein tausendstes Video fertiggestellt. Das werdet ihr heute noch zu Gesicht bekommen. Und sonst müsst ihr euch daran die restliche Woche ergötzen. Ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter. Also, haut da rein. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Hahn.